Backstabber! Alter, ich brauche ihn fast nicht mehr! Oh, Kistchen! Komm schon, Supper, Supper, Supper! Oh, Kistchen! Oh, so! Ich habe Drog, Kistchen! Es gibt zum Teil so Gegnertypen, die sie dir einfach so nachwerfen. In einer Sicht spielt man eigentlich Dings. Dingsbomb. Third Person. Mhm. Okay. Ist das nicht so wie Diablo? Nein. Nein. Okay. Also die Kamera ist schon ein paar Meter hinter dem Charakter, aber nicht so die halbe von oben Ansicht. Mhm. 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 Ich weiss gar nicht was du alles verkaufst. Ja. Scheisse, was du nicht mehr brauchst. Mhm. 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 Also von mir aus kann man ja weiter. Oh nein weiss ich kann mich noch schnell heilen währenddessen du den Scheiss machst. Ich hab ja noch recht viele Züge nicht identifizierter. Wolltest du das nicht... Huh? Ich soll das nicht machen. Mohl. Du musst es äh... Starten und dann links Collar rein drücken und dann gehst du auf Saiten. Ich weiss, wie man es macht. Ich frage dich, ob du solche Sachen machst, damit du nichts zu tun hast. Ja. Zum Beispiel der Helm ist so ein Identified Object. Bäh, so geht das. Was ich meine frage ist, die Kiste kannst du doch nur auf tun mit echt Geld. Da höre ich es fast wette. Ich habe eigentlich gelesen, dass es nicht so ein nerviger Ding sei. Also ich weiss schon. Ist gut. Hm? Ahem, ahem. Drei Käse hoch. Ahem, achem. Habe deine Weapon in Hand. Du musst eine Scout Gate finden. Ist das alles? Ja. 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 Oh Mann. Wir sagten, wir können den Monster nachdenken. Das habe ich schon getestet. Und, hat es gebracht? Weiss nicht. Wie lange hast du noch auf Level 13? Ähm, etwa 2 Drittel. So. Was? Contests starten. Was? 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 Du kannst dir für 1 Ding für 5 Stunden 1 mieten oder für 5 Gold 1 kaufen. Was? 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 Ist das hier der Dude? Ah, es gibt unterschiedlich schnelle. Was? Ich will. Ich will. Du kannst. Du kannst. 5 Stunden 1 mieten. Ich gebe dir nicht so einen verdammten Boost. Du kannst. Du kannst. Du kannst. Du kannst. 7 Suns Koster Market. Geh in und check out the Bazaar. Press LB und D-Pad up together. To find 7 Suns on your map. Ah, auf der Map kann man sich einfacher die Marker setzen oder auswählen. Ich weiss gar nicht was ich hier überhaupt machen wollte. Hallo, hier Sir. Was wollte ich jetzt hier schon wieder machen? Ah, thank you. Ah, danke. Wo ist es, Boleys? Wo ist es, Boleys? Wo ist es, Boleys? Ah, wer ist es hier? Ich sollte von meiner Quest zum einen machen. Aber es stehen so viele Leute hier. Die sind gar nicht zu checken, was läuft. Bela, wo hast du denn abgeholt? Die Kisten, die wir von Meinten bekommen haben, müssen wir anscheinend hier abgehen. Da hier. Da bei ihr. Ah, wir waren doch vorhin. Ah, jetzt. Da. Vielen Dank.